Yo, da war Dillydong, Ladies and Gents. Hier ist mal wieder euer Föhrlung For Us und ich begrüße euch zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute habe ich 5 Fakten, die leider wahr sind. Eine sehr heftige Tatsache ist, dass mehr Menschen auf dieser Welt ein Handy besitzen, als eine Toilette. Eine wirklich simple Toilette. Man verbrennt lediglich 1-2 Kalorien pro Minute, während man fernzieht oder zum Beispiel dieses YouTube-Video hier gerade ansieht. Das heißt, schaut euch möglichst viele YouTube-Videos an, um mehr abzunehmen. Sehr beunruhigend ist, dass eine Matratze nach 10 Jahren Benutzung das doppelt erwägt. Aufgrund von Schweiß, anderen Ausscheidungen und ja, das lasst mich definitiv heute Nacht nicht mehr so ruhig schlafen. Chemiker haben herausgefunden, dass an 9 von 10 US-Dollar Scheinen Kokain klebt. Ja, und zwar in den Städten mehr als auf dem Land, aber das ist nur irgendwie naheliegend. Ein sehr heftiger, wahrer Fakt ist, dass im Ozean Müllinseln schwimmen, die größer sind als die USA. Das heißt, Klimawandel, naja, wir sind mittendrin. Was war euer Favorit? Teilt es auf Facebook mit deinen Freunden oder lasst ein Abo da. Wir sehen uns nächstes Mal. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Bye.